Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Saison. Overwatch. Oh Gott! Willkommen zur Season 4, Alter. Hey, du bist ein guter Wille. Oh Gott, ich nicht! Scheiße. Ich meine, ich sehe jetzt aktuell Eichenwalde. Ich gehe vor Ort? Ist schon mal ein schlechtes... Ja, hier im Startbildschirm ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja. Okay. Und wir gehen rein ins erste Match. Let's go! Und es ist... Nichtreiches Waldem. Ha, bin ich ehrlich gesagt vor Ort, Torben. Wobei wir ja mittlerweile eine gute Taktik haben. Ähm. Ich gebe dir einen Boost. Für den ersten Kill. Irgendwann am Plan, ne? Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Also ich muss ehrlich gestehen, ich mag ja Sushi ohne Ende. Ja, komm mal ein bisschen, komm mal ein bisschen am Rand, bitte. Danke. Ich mag ja Sushi. Ähm. Und ich kann keinem empfehlen, irgendwie so fettig abgepacktes Zeug zu holen. Es ist nicht schlecht. Ja, I will. I will. Aber frisch, es schmeckt way besser. Way besser. Oh yeah! Ich habe jetzt keine Lust über Sushi zu reden, Mann! Warum? Oh wow. Attack Bastion ist real. Boost mich, boost mich. Ich versuche, ich booste dich. Okay, ich booste dich. Das ist so geil. das ist so geil, dass du dich extra Beautiful Nicodemus loh�st. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ha 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 haaa! Ha haaaaaa! Jaa. Okay, das ist gut, Leute. Okay, ich glaube wir sollten es trinkend. Okay, kann ich gehen? Oh fuck me, nooo! Ich will, dass wir angeht. So, anyway, it's okay. No, Bastion is there! Schreib mich jetzt einen Skype an! Ich hasse sie im Batshuar! Ich hasse sie! Okay, wir müssen auf dem Batshuar sein. Okay, ich muss, ich merke, dass es ein bisschen stottert. Tut mir leid, falls ich diese Folge hochlade. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ich habe vergessen, die Einstellung zu ändern. Deswegen stoppt es manchmal ein bisschen. Tut mich leid. Ich hoffe, das ist, weil ich ein bisschen zu viel rumprobiert habe in letzter Zeit. Oh, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Malen. Ja, ich hoffe, dass ich alles aufgeregt habe. Da ist er! Wir wissen, wo der CP ist, wir wissen, wo der CP ist. Happy Holiday! Happy Holiday! Ich habe die... Ich weiß jetzt warum das gestockt hat. Ich habe die FPS auf 200 hochgestellt und der kommt nicht hinterher. Ich muss das runterstellen auf 60, dass es besser läuft. Also jetzt nicht mit Aufnahmen, sondern in Game halt. Okay. Weil oben die FPS-Zahl, die rast hin und her. Ja, Alter, ich bin mich gerade hart am Fokusen. Sorry, wenn ich jetzt gerade ein wenig... Ja, passt schon. Halt die Fresse und konzentriere dich weiter. Ohohoho! 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 Good job guys, good job! Ohohoho! So kann's starten! So kann's starten! Ohne Scheiß! So kann's starten! Prepariere deine Gefühle. Selechte deine Gefühle. So, und jetzt? Ja, das kann's gut sein. Lass das Mikrofon besser hinstellen. Ja. Ich sollte nicht, wenn wir Overwatch spielen, auch gleichzeitig noch nebenbei essen und aufnehmen. Das ist ein bisschen doof. Oho. Wo hab ich das denn hier? Alright, sie werden rast gewöhnen gerade. Wow. Okay. Vielleicht passiert das jetzt ein bisschen besser, weil er nicht so hin und her... Ululululululululululú Ululululululule Nic Desoten Katzen Ok, da ist man... sie ist aux-icesito. United Jetzt kommt wenn du so einen Macher zugelassen und wenn du knotsางisst habest, ihr sew проверz todos? So muss das. So kann's anfangen. Ja, hier hab ich noch verstärkt. So, ich hab nicht mal die Play-of-the-game-Musik. So sad. Ja, ich auch nicht, weil die ja im... So sad. Können ruhig jedes Match so sein. Na gut. Das hat jetzt nicht lange gewartet. Nicht lange dauert. Wer will denn da mitspielen? Keine Ahnung. Ach, ich war kalt. Gut, ich würde sagen, das war das erste Match. Ja. Bis zum nächsten. Gut, es ist... Es ist jetzt ein bisschen doof, weil es geht 8 Minuten, aber es ist egal. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Naja, bis zum nächsten Match. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, aber ... Tschüss.